Hallo und herzlich Willkommen an den Baus Es ist wieder so weit Ich hab einen kleinen Hust Heute geht es um den Hust Schnappen wir uns erstmal in Weiß Meiner sieht nicht mehr so gut aus Hinterwahrscheinlich Hinterwahrscheinlich Ich will den Hust zwei Arme aufteilen Natürlich gleichzeitig die Arme trainieren Ich kann den Hust EI EI Macht so wie ihr es gelernt habt Zack, zack, zackerack Ich mach so Ja Oder Das macht ihr jetzt weiter Hey Ich hab das so von erfolgreichem YouTuber gelernt Wie Celsior Sooo Ja 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 Ja